Herzlich willkommen bei Lauf des Lebens. Wie ihr gerade sehen könnt, bin ich beim Brennnessel ernten. Und diese Brennnesseln sind richtig gesund, also auch eine sehr alte Heilpflanze. Nur sind sie nicht gerade berühmt dafür, dass sie oft in Nahrungsmitteln vorkommen. Und deshalb zeige ich euch heute, wie man eine richtig leckere und gesunde Brennnesselpizza zubereitet. Bei den Brennnesseln gibt es eigentlich nur zu sagen, dass man die Spitzen nehmen soll, weil dort sind die Triebe noch sehr saftig. Und weiter unten wird es dann eher hölzern und das brauchen wir dann nicht unbedingt auf unserer Pizza. Nachdem wir die Brennnesseln gewaschen haben, bringen wir das Salzwasser zum Kochen. Das ist ganz ähnlich wie bei den Nudeln. Und wenn das Wasser schon richtig schön kocht, geben wir die Brennnesseln hinzu und lassen das Ganze dann 5 Minuten kochen. Während die Brennnesseln noch kochen, können wir schon den Teig zubereiten. Dieser Teig besteht aus einer halben Packung Quark, 5 Esslöffel Milch, 5 Esslöffel Öl, einem Teelöffel Salz, 220 Gramm Vollkornmehl und einer Packung Backpulver. Und wenn wir eine schöne Teigmasse zusammen haben, können wir schon das Blech einfetten. Und danach backen wir den Teig 10 Minuten lang bei 200 Grad Celsius. Wenn die Brennnesseln fertig sind, können wir sie dann mit 100 Gramm Speck und einer zerhackten Zwiebel vermengen. Aber das ist noch nicht alles, denn dieser Belag wird auch noch überbacken. Für ein richtig gutes Geschmackserlebnis sorgen dann noch drei Eier, ein Viertel Liter Sahne und dann eine Prise Pfeffer und Salz. Und das Ganze wird dann verquirlt und über den Belag gegossen. Natürlich kann man das auch noch richtig lecker mit Käse überbacken. Und das Ganze wird dann 20 Minuten bei 200 Grad gebacken. Und das Beste, diese Brennnesselpizza ist nicht nur sehr gesund, eiweißreich und sieht super aus, sondern sie schmeckt auch noch richtig lecker. Mahlzeit! Hm-hm-hm.